heute auf dem weg gemacht noch einmal zu rosa parks nach härten ich habe mir die nägel schön gemacht wie findet ihr schön ich wollte nämlich eine andere fotokamera ausprobieren die ich jetzt hier hängen habe weil ich jetzt zusätzlich halt gesagt habe ich mache auch fotos und so jetzt will ich die qualitäten alle vergleichen und mir ist was aufgefallen ich wollte auch noch eine begehung machen das heißt wir sind bei der rosa parks begehung nummer sieben ich mache jetzt ein video zum teil wollte ich auch die sachen alle einmal fotografieren ich weiß dass jetzt halt auch noch drei bilder von mir noch da sind aber ich war ja gestern da und ich habe gesagt manchmal ist graffiti ganz ganz schnell nur ein tag dann ist weg und gleich bei dem video werdet ihr sehen dass da leute gemalt haben aber nicht zu ende habe ich gerade beim parken gesehen das wäre dann das intro zum siebten rosa parks besuch seid gespannt seid gespannt seid gespannt ich fange jetzt diesmal extra hier an da muss ich trotzdem zweimal gehen weil ich kann nicht gleichzeitig fotos machen und gleichzeitig filmen ich will auch gucken wie die lautstärke ist wenn ich das mic nicht angeschlossen habe sondern ohne bin aber ich denke für unser siebtes video ist das trotzdem gut und ich habe jetzt nicht die bügeleisen halterung sondern halt die kamera einfach in der hand dann haben wir hier den schero der da war hier sind noch tags epl flow und bali bali ist übrigens hatte ja ein piece ist weg gestern war es noch da dann habt ihr ps und a plus b und ich mache lieber die bilder und ich will versuchen ich sehe das jetzt beim film nur ein bisschen wie das dann nachher wird mit dem wackeligen teil auf landscape eingestellt und teste das ist der zweck den wir schon mal gefilmt haben und würden wir auch in der preview hatten beim sechsten dreh das ist der dreams in deutsch hier habt ihr einen krf tag macht krass das mit diesen buchstaben ich glaube aber ich muss sowieso nachher noch mal die anstellung ändern weil jetzt bin ich zu nah dran und das gefällt mir auch nicht jetzt kommt sogar die sonne raus dann habe ich vielleicht glück bei den fotos das ist der souter die sind alle am selben tag entstanden die bubbles sind krass und die sind wie echt auch das alles ist ein krasser typ dieser souter muss ich zugeben also das hätte ich vielleicht noch hingekriegt mit dem ja mit dem blau aber der rest mega krass alle lines sitzen es ist so wie es sein muss sehr stabile arbeit dann das ich glaube mittlerweile das ist einfach nur ein oic und kein wick und ich habe da übelst behindert gelesen oder schlecht gelesen nicht gut gelesen es wird ein oic sein dann jetzt gibt es zwei bürste pieces einmal diesen großen ahne da lese ich beim letzten mal habe ich ja die begehung von der anderen seite begonnen und arne richtig gelesen und als ich das zweite mal da war am selben drehtag habe ich daraus arm gemacht und ich weiß nicht warum an ist 40 geworden vor wochen noch weiter zurück das ist krass jetzt ist sonne raus ja und hier da war ein bali und jetzt muss jemand hier gewesen sein nachdem ich gestern weg war und der hat dann das gemacht da ist nicht fertig ist kann ich euch nicht sagen was das ist aber mit vorstreichen und voll viel arbeit und so aber das dann zurück zu easy freunde der erste zeit von mir ich habe gestern noch das jahr verbessert weil da stand 1664 ja 1900 und das easy mit dem dollar zeichen habe ich extra gemacht nwa leute easy nwa leute mit fabula hatte auch geburtstag zweites geburtstag spieß da ane hier fabula dann habt ihr hier noch den freestyle mit der skyline so und dem skall wegen dem am ende noch bunt beim odb genau hier ist jetzt schatt das ärgert mich ein bisschen aber ich muss auch runter wegen den haaren gleich ich mache das einmal so der zweck immer noch 93 bis 23 30 jahre leute respekt muss man erst mal schaffen ich habe meine 30 erst um 27 voll so jetzt muss ich bis mich auf den knien und habe jetzt auch das display gedreht aber ich bin ehrlich da habe ich mir selber ein bisschen schwierig gemacht so ich rede das display ganz die nach ganz unten das vorigen ist von mir nicht aber leute egal ich bin trotzdem wirklich über das piece das hammer mäßig geworden ich gebe bei mir ein taschentuch so alles klar das denn ist dann die die siebte begehung rosa parks leute ach so ich könnte auch noch so machen jemand kräuter hat hier gekocht ach so wo ich hier fertig bin mit den siebten aufnahmen one up war hier alter one up und hier noch die leute guck mal alles voll wegen dem fußball